Kleines Waldhäuschen. Da ist einer noch so Wurzeln verliebt wie ich. Ich komme es aber wie der Hund. Da hat es sich jemand ganz schön gemacht. Schön zu deckt, jawohl. Gartenteich mit Bank. Und dann noch eiserne Treppen. Komm hin. Hier ein ordentliches Kleinholz, der wir wohl noch benutzt. Ah, das geht auch noch mit dran. Sehr ordentlich. Bis zum nächsten Mal. Ich habe die Leitkurs durch den Nebel. Die Leitkurs. Ja. Vielen Dank.